Die katholische Pfarrkirche St. Paul, auch Paulskirche genannt, ist die erste Pfarrkirche der Ludwigsvorstadt in München. Sie wurde 1892 bis 1906 nach Plänen von Georg von Haubarissa im neugotischen Stil errichtet. St. Paul zählt mit dem 97 Meter hohen Ostturm nicht nur zu den höchsten, sondern neben dem Lübfraundum auch zu den mächtigsten Kirchenbauten Münchens. Lage St. Paul steht am westlichen Ende. Ende der Landwehrstraße, die neben der Schwanthaler Straße als eine der großen Erschließungsstraßen der Ludwigsvorstadt angelegt worden war, die Paulskirche am St. Paulsplatz 11 schließt die Landwehrstraße ab und zieht den Blick auf sich. Da sie durch ihren Hauptturm die Sichtachse beherrscht und gleichsam die Ludwigsvorstadt um sich versammelt. Außerdem nimmt sie städtebaulich Kontakt mit ihrer Mutter Pfarrerei St. Peter, auf der die Landwehrstraße in ihrer gedachten Verlängerung in Richtung der Landwehrstraße, historische Altstadt direkt auf den Alten Peter, führt Geschichte. Nachdem München bereits 1883 auf etwa 262.000 Einwohner gewachsen war, forderte Erzbischof Antonius von Steichele dem Bau dreier weiterer Pfarrkirchen, um den Bau dieser drei Stadtpfarrkirchen St. St. Benno in der Maxvorstadt, St. Maximilian in der Isarvorstadt und St. Paul zu ermöglichen, wurde der Zentralverein für Kirchenbau in München, genannt Zentralkirchenbauverein, gegründet, der alle drei Gotteshäuser errichten sollte. Neben dem Zentralkirchenbauverein wurde 1883 zusätzlich ein lokaler Kirchenbauverein für St. Paul gegründet, der bis 1914 bestand. Am 30. Mai 1883 stellte die königliche Haupt- und Residenzstadt München einen Bauplatz südlich der Schwantaler Schule kostenlos zur Verfügung mit. Der Auflage Innerhalb der nächsten 15 Jahre mit dem Bau zu beginnen, als Sieger eines Architekturwettbewerbes erhielt Georg von Haubarissa den Bauauftrag. Sein Entwurf ist ein Beispiel seiner eigenen Neugotik, die französische und rheinische Gotik eigenwillig interpretiert. Der Bauingenieur Eduard Schneider, der bereits bei der Pfarrkirche St. Anna-Emle-Bauleiter gewesen war, wurde am 11. Mai 1892 mit der Bauleitung beauftragt. Den Spatenstich für das damals größte Neubauprojekt einer Pfarrkirche in München nahm der Pfleger der Pfarrkirchenstiftung Domkapitular Dr. Paul Kagerer am 7. Juni 1892 in Gegenwart des Baumeisters und der Ausschussmitglieder des Kirchenbauvereins St. Paul vor. Der Grundstein wurde schließlich am 29. Juni 1892 durch Erzbischof Antonius von Thoma gelegt. Der Bau der Kirche schritt trotz des ungünstigen Untergrunds zügig voran. Nachdem in der 2. Dezemberwoche 1893 der bauleitende Ingenieur Edmund Schneider starb, ruhte der Bau bis zum 2. April 1894. Zu diesem Zeitpunkt übernahm Felix Svoboda die Bauleitung. Finanzielle Probleme führten zu keinem Zeitpunkt zur Baueinstellung. Da die Verantwortlichen in den zuständigen Kirchenbauvereinen auf die Spendenbereitschaft und die Erlöse der Kirchbaulotterien vertrauen konnten. 1899 war der Bau so weit fortgeschritten, dass die zukünftige Marienkapelle als Notkirche ausgebaut werden konnte. Am 12. November 1899 wurde der erste Gottesdienst gefeiert. Nachdem ein 1900 Dekasekundenkirchenschiff fertiggestellt worden war, wurde St. Paul zur Expositor von St. Peter erhoben. Am 8. Dezember 1903 wurde der Hochalter eingeweiht. Am 5. Februar 1905 erfolgte die Erhebung zur Stadtpfarrkirche. Schließlich wurde St. Paul nach Abschluss aller Arbeiten am 24. Juni 1905. 1906 durch Erzbischof Franz Josef von Stein in Anwesenheit des Erzbischofs von Bamberg, Friedrich Philipp von Abarth und des fast vollständigen Wittelsbacher Königshauses unter Prinz Regent Luitpold eingeweiht. Im Zweiten Weltkrieg wurde St. Paul insbesondere im Oktober und Dezember 1944 durch die Luftangriffe auf München schwer beschädigt. Wobei große Teile der Ausstattung verloren ging, darunter der Hochaltar, ein von Thomas Buscher ursprünglich für St. Paul geschaffenes Gurgestühl befindet sich heute in der Kirche Maria Himmelfahrt in der oberfränkischen Stadt Teuschnitz. In den 1950er Jahren wurde die Paulskirche wiederhergestellt und aufgrund der Ausstattungsverluste im Geschmack der Zeit modernisiert. Am 17. Dezember 1960 streifte ein amerikanisches Militärflugzeug vom Typ Converse 131 D Samaritan, das vom Flughafen Riem gestartet war und wegen des Ausfalls eines Motors nicht schnell genug an Höhe gewinnen konnte. Die Spitze des Hauptturms der Kirche und fiel an der nahegelegenen Martin-Greif-Straße auf eine Trambahn. Das Unglück forderte 52 Tote, die 20 Flugzeuginsassen und 32 Fahrgäste der Tram und Passanten. Programm und Konzeption Der vorherrschende Baustil für Kirchenneubauten um 1890 war der nehromanische Stil. Das hatte vor allem auch politische Gründe. Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 sah man in der Romanik einen Baustil, der die Treue zur dynastischen Herrschaft betonte und zugleich eine Kontinuität zum römisch-deutschen Kaisertum des Mittelalters konstruierte. Von den Kirchenbauten dieser Stilrichtung, von denen vor allem Pfarrkirche St. Anna im Lill sowie St. Benno München-Max-Vorstadt und St. Maximilian München-Isa-Vorstadt zu nennen sind, setzte sich St. Paul bewusst ab, indem es die Neugothik wieder aufnahm. Auch das hatte politische Gründe. Während die Neugothik Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts eher als Baustil aufgefasst wurde, der in Fortführung der Gedanken Johann Wolfgang von Goethes, die er in sein Loblied an der Straßburger Münster vorstellte, als typischer deutscher Baustil die nationale Einheit betont. So wandelte sie sich zum Ausdruck eines selbstbewussten und politisch eigenständigen Bürgertums, das einem streng hierarchisch aufgefassten dynastischen Prinzip nicht so bereitwillig folgen wollte, da es ihm zu feudal wirkte. Deshalb entschied sich der Magistrat der K.G.L., Haupt- und Residenzstadt München, als er einen Baustil für das neue Rathaus am Marienplatz entscheiden musste, für die Neugothik, da hier die Blüte der Stadt München und ihrer Bürger in der Gotik wieder aufgenommen werden würde. Gleichzeitig war die Ludwigsvorstadt um 1890 in weiten Teilen ein großbürgerliches Viertel, St. Paul selbst in einen Villengürtel eingebettet. Um dieses Selbstbewusstsein zu demonstrieren, wurde der hohe Hauptturm, der nicht umsonst eine ähnliche Höhe hat wie das erste Bauwerk bürgerlicher Selbstbewusstseins und Unabhängigkeit, der Frauenkirche, entgegen den Traditionen nicht auf die theologisch bedeutende Führung gesetzt, sondern östlich Richtung Chor errichtet. Um die Sichtachse der Landwehrstraße aus Richtung Stadtzentrum und Residenz zu beherrschen, und damit ist sowohl St. Paul als auch das etwa zeitgleich entstandene neue Rathaus, dessen Entwurf ebenfalls von Georg von Hauberrisser stammt, Ausdruck eines selbstbewussten Münchner Groß- und Bildungsbürgertums, das bei aller Treue zum Königshaus auf seine Eigenständigkeit und Freiheitsrechte pocht. Hauberrisser verwendete bei seinen neogotischen Bauten stets Architekturdetails bedeutender mittelalterlicher Bauten. So knüpft der Turm von St. Paul stark an das Vorbild der Frankfurter Kaiserkrönungsgirche St. Bartholomeus an und schlägt so den Bogen zur historischen Tradition des Heiligen Römischen Reiches. Die Positionierung des Turmmotives des Frankfurter Westturms als quasi Führungssturm bei St. Paul dürfte Hauberrisser von der Kathedrale von Bayer übernommen haben. Maße des Bauwerkes Höhe des Hauptturmes 97 Meter Höhe der beiden Westtürme 76 Meter Gesamtlänge der Kirche 76 Meter Der Bau besteht hauptsächlich aus Onsbacher Muschelkalk zur Außenverkleidung und Tufstein für den Innenausbau. Der aus Lacheming bei Holzkirchen und Pauling bei Weilheimie OBB stammt. Der Kern des Mauerwerkes besteht aus Ziegel und Bruchstein. Bedeutende Kunstwerke Tympanon Brauttor Kreuzwegstationen Kanzel Vasa Säkre und liturgische Gerätschaften Im Besitz der Kirche befinden sich zahlreiche Kirche, Reliquiengefäße, Monstranzen und liturgische Gerätschaften aus verschiedenen Stilepochen von der Barockzeit bis hin zur moderne, neospätgotische Monstranz. Die Monstranz der Erstausstattungszeit ist im Stil der Neogotik gehalten und wurde von der Münchner Goldschmiedewerkstatt Harach und Empson angefertigt. Sie stellt eine Mischung zwischen neospätgotischer Turmmonstranz und barocker Strahlenkranz Monstranz dar, wobei die Details in vegetabilen Ornamenten des Jugendstils gehalten sind. Die steingeschmückte Horstin Lunula in einem Kielbogenschrein mit Fialen und Kreuzblume wird von zwei Engeln aus Elfenbein flankiert, die ein silbernes Kreuz und die Dornenkrone Christi als Hinweis auf den Opfertod Jesu tragen. Der Nodus der Monstranz ist mit einer Godronierung in Treibtechnik geschmückt. Die in gotischen Lettern eingravierten lateinischen Worte «Posut tabernaculum» stammen aus der Vulgata und beziehen sich auf Psalm 19 Münchner Monstranz. Die von Goldschmied August Hartle im Jahr 1960 angefertigte moderne Monstranz besteht aus einer getriebenen und vergoldeten, annähernd teilförmigen Messingplatte, die strahlenförmig mit Bergkristallen, Lapislazuli, Rosenquarzen und weiteren Halbedelstein besetzt ist. Während des 37. Eucharistischen Weltkongresses in München im Jahr 1960 war in ihr das Allerheiligste zur Anbetung in der Pfarrkirche St. Paul ausgesetzt. Der Eucharistische Weltkongress in München war das erste internationale Großereignis in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Er fand unter dem lateinischen Motto «Pro mundivita» vom 31. Juli 1960 bis zum 7. August 1960 statt. Die ungewöhnliche Eiform der Monstranz mit ihrem Strahlenmuster könnte vom Garchinger Atomei inspiriert sein, das kurz vorher im Jahr 1957 eingeweiht worden war, moderner Tabernakel. Passend zur Monstranz des Eucharistischen Weltkongresses fertigte Goldschmied August Hartle auch einen Tabernakel. Der Tabernakel war ursprünglich auf dem zeitgleich geschaffenen Sakramentsalter im südlichen Querhaus aufgestellt. Aktuell befindet sich hier eine Bildinstallation von Stefan Hunstein. Die fünf großen Bergkristalle der Frontseite des Tabernakels sind umgeben von strahlenförmig angeordneten Schmucksteinen und können als Hinweis auf die heiligen fünf Kreuzeswunden Jesu bei seinem Opfertod verstanden werden. Auf der rechten Seitenwand des Tabernakels ist ein roter Kaneol angebracht, der von halb Edelsteinen umgeben ist und als Symbol des heiligsten Herzens Jesu gedeutet werden kann. Die linke Seitenwand des Tabernakels ist in Bergkristallen gestaltet und soll die Einheit von Gottvater und Gottsohn verdeutlichen. Der ehemalige Sakramentsalter von Raimund Thoma dient seit der Umgestaltung des Jahres 2004 als Zelebrationsaltar der Kirche. Seitdem ist der Tabernakel von Hartle auf dem Marienaltar mit dem Altarbild von Gabriel von Hackel aufgestellt. Vortrage Kreuz Das von Hans Thoma um 1960 entworfene und von der Werkstätte für Metallkunst A. Louis Hackel in München Leim gefertigte Messing beschlagene Hölzerne. Vortragekreuz mit Messingknöpfen zeigt auf der Vorderseite den auferstandenen Jesus in buntem Steinmosaik und auf der Rückseite vier Bergkristalle. An den Stellen der Nagelwunden Jesu Ewiges Licht Den Ständer für das ewige Licht aus Bronze und rotem Glas schuf Hans Thoma. Die Ausführung besorgte im Jahr 1960 die Werkstätte für Metallkunst A. Louis Hackel in München Leim, Kreuz Reliquia. Zu Segnungen besitzt die Pfarrei ein barockes Kreuz Reliquia, das einen Spahn vom Kreuz Christi beinhalten soll. St. Paul, Vasa, Sagre Ogeln Hauptogel Die Hauptogel wurde im Jahr 1977 von Wilhelm Stöberl erbaut. Sie hat 37 Register auf drei Manuain und Pedal. Im Jahr 2006 wurde sie von der Firma Münchner Orgelbau Johannes Führer renoviert. Dabei wurde die Disposition geringfügig geändert. Die Orgel verfügt über Kegelladen, die Spieltraktur sowie die Registertraktur sind elektropneumatisch. Die Orgel weist folgende Disposition auf. Koppeln I, P2, P3, P2, I, 3, I, 3, 2, Tutti, Sub3, P, Sub2, I, Super2, I, Sub3, I, Super3, I, Super3, 2, Super3. Spielhilfen Setzeranlage Sequenzer Chororgel Die Chororgel von St. Paul wurde durch die Firma Münchner Orgelbau Johannes Führer im Jahr 2006 gefertigt. Die Stimmtunhöhe beträgt 440 bzw. 415 Hertz. Die Orgel verfügt über Schleifladen und hat fünf Register sowie ein Manual. Die Spieltraktur und die Registertraktur sind mechanisch. An Spielhilfen und Koppeln hat die Orgel eine Transponiervorrichtung minus 1 HT. Die Orgel weist folgende Disposition auf. Gedeckt 8 Oktave 4 Flöte 4 Quinte 22 Drittel Oktave 2 Glocken Das Geläut von St. Paul, das zu den tontiefsten Geläuten Münchens zählt, besteht aus sechs Glocken. Sein Gesamtgewicht beträgt 13.050 Kilogramm. Alle Glocken hängen in Stahlglockenstühlen an geraden Stahljochen. Zweimal täglich zu den Gebetszeiten läutet Glocke 5 für drei Minuten. Glocke 3 erinnert freitags um 15 Uhr an die Todesstunde Christi. Das Geläut zu den Gottesdiensten und sonstigen Anlässen erfolgt nach einer Leuteordnung, die gemäß dem liturgischen Kalender verschiedene Motive vorsieht. Das Folgeleute erklingt im Wesentlichen zu den Hochfesten und zum Jahreswechsel. Trivia Zum 100. Jahrestag der Einweihung im Jahr 2006 startete die Pfarrei umfangreiche Aktivitäten. Unter anderem mit Ausstellungen von Janice Kunelis und Stefan Hunstein. Jährlich zum Münchner Oktoberfest zieht es zahlreiche Menschen, besonders Fotografen, auf die als Balustrade angelegte umlaufende Aussichtsplattform am Hauptturm. Von dort hat man gen Süden den weltberühmten Postkartenblick auf die Theresienwiese. Punkt. Galerie.